Hallo und herzlich willkommen zu dieser kurzen Netflix Analyse, Netflix Aktie Analyse zu meiner Serie Streaming Dienste und das entwickelt sich ja sehr rasant und sehr impulsiv und sehr bewegter markt ist ja auch ein disruptiver markt ja wieder mal einer von den märkten wo einfach bestehende business modelle einfach weg gewischt werden ja oder wer von euch hat noch in seinem dorf irgendwo eine videothek ich glaube existiert einfach nicht mehr oder man hast du zum beispiel zum letzten mal eine blu-ray gekauft im mediamarkt ja also bei mir schon eine ganze zeit nicht mehr oder ein dvd ganz zu schweigen ja die netflix die netflix da ja die hat ja am anfang unglaublich gehypte dazu müsste man eigentlich gerade mal weiter zurückgehen ein jahreschart reicht einfach nicht aus also wir gehen jetzt mal bei drei jahre fünf jahre da hat sich nicht so viel getan ich würde mal sagen drei jahre genügt jetzt einfach mal so das sind die interessanten börsen oder die interessanten aktien jahre so seit 2017 da wo sie so noch mal so richtig angegangen angestiegen ist die meisten mehr also viele aktien zumindest was ich eigentlich sagen wollte ist dass ich schon immer sehr suspekt gegenüber der netflix aktie war ich hab noch nie ein einziges stück von der netflix netflix aktie besessen am anfang war ich mir ein bisschen nicht ganz sicher ob sich das durchsetzt oder wie wie sich durchsetzen so weiter und dann letztendlich habe ich auch etwas zu spät wind davon bekommen das waren so ja so 2017 18 rum wo dann letztendlich viele wahrscheinlich schon ihre gewinne mitgenommen haben respektive a.k.a. colian barkon mit aktien mit kopf da war ja da fett investiert 9000 euro gewinn gemacht gratulation ja ich war wie gesagt dann nie bei mit drinnen und jetzt kommt so was ich sehr interessant finde diese ganzen mitbewerber mit sozusagen nachziehen wie es halt immer so ist ja bei so disruptiven einer ist immer der vorreiter also industrien und dann ziehen plötzlich große etablierte unternehmen sehr rentable unternehmen die eben den vorteil haben dass eine bestehende infrastruktur haben das sind bestimmt bestehendes inventar haben also ungefähr vergleichbar mit mit der automotivindustrie gerade wo halt tesla innerhalb von 180 tagen da ein meilenstein legt das unmögliche möglich macht um ihre erste gigafactory in china zu bauen wobei vw bereits fünf vergleichbare fabriken dort seit vielen jahren bestehen hat und da jetzt gerade zwei davon oder drei umrüstet teilweise zumindest ja also so klar ist es noch nicht werde dieses dieses rennen gewinnt mal abgesehen davon wie sinnvolle elektromobilität ist hier was jetzt streamingdienst betrifft ist es ganz ähnliches bild ja wir haben die 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 disney jetzt zeit seit ein paar wochen live apple tv ist live ja also mit dem streaming dienst werden natürlich amazon prime die noch mal eine ganz andere markt macht besitzen ja die könnte ich intern gelder fließen lassen noch mal eine ganz andere hausnummer und jetzt kommt also so ein paar analysten meinungen auch plötzlich von so ja wie heißen die jetzt noch mal ja ich weiß jetzt gar nicht mehr wie die hießen egal auf jeden fall einfach mal kurz die nackten fakten auf den tisch legen was netflix betrifft netflix wie du wahrscheinlich auch weißt hier ist mein sehr informierten in der regel sehr informierten lieben zuschauer und zuhörer was den aktienmarkt betrifft zumindest die meisten meiner zuhörer und zuschauer sind sehr haben schon sehr hohes niveau das mit jedem abonnenten das möchte man meinen ungefähr momentan summa summarum hat Netflix hat ungefähr 140 millionen abonnenten ja wobei nur mal im vergleich am ersten tag wo net disney im vergleich zu dazu live gegangen ist hatten die zehn millionen abonnenten ja also das ist quasi ja weniger als ein zehntel aber das ist stetig wachsend ich weiß gar nicht wie viel momentan abonnenten die haben aber es ist nicht allein die abonnentenzahl entscheidend für den erfolg oder misserfolg und respektive für das für den aktienpreis der dann letztendlich den misserfolg oder erfolg des unternehmens widerspiegeln sollte beziehungsweise die zukunft projiziert es ist nicht allein die abonnentenzahl also es nutzt netflix nix wenn die 140 millionen abonnenten haben wenn sie für jeden abonnenten zwei dollar drauf zahlen ja also wenn du dich heute anmelde ist bei netflix dann gibt netflix noch zwei dollar oben drauf du zahlst 10 dollar im monat ich glaube in der regel das ist zumindest das was ich zahl für für als beitrag und netflix hat noch mal zwei dollar oben drauf damit die damit das läuft ja und das ist natürlich keine zukunft das ist natürlich ein business modell oder eine situation rein von dem von der bilanz her ganz ähnlich wie bei tesla amazon et cetera nur nicht vergleichbar natürlich aber von der idee her ist natürlich netflix unbedingt darauf angewiesen marktanteile sozusagen platzhirsch zu bestehen zu bleiben und zu sein also quasi den markt ja unbedingt zu erobern ja also ist ein auf wachstum es hängt auch vom wachstum zu komplett vom wachstums faktor ab ja also das sind das sind wenn die für jeden abonnenten draufzahlen dann hilft ihnen letztendlich nur eines dass sie letztendlich den markt bestimmen irgendwann dass sie dann letztendlich wenn sie den markt bestimmen die preise wiederum bestimmen können das ist ja auch das business modell letztendlich was in der amazon die greifen ja in jeden markt rein den sie erobern wollen mit mit preis sozusagen mit preis dumping so lange bis die konkurrenz dann nicht mehr kann und dann wenn die konkurrenz alle weg ist dann ziehen sie mit den preisen an das ist ja sozusagen eine strategie in sich aber das ist ja genau rückläufig ist ja genau das umgegenteil findet ja gerade statt mit allen dann mit den ganzen anderen streaming diensten die hier gerade alle live gehen und drehen wesentlich rentabler sind und mit wesentlich mehr inventory als spreche inventory also mit einer höheren inventur mit einer besseren infrastruktur bestehende infrastruktur wie disney apple und so weiter und von daher würde ich mal sagen ist die netflix aktie weiterhin mit vorsicht zu genießen und vielleicht sogar mehr denn je also heute ist immer wieder 100 1,5 1,8 prozent im minus was ja gar nichts ist ja bei doch einer relativ volatilen geschichte ja also jetzt gibt es natürlich überlegungen dass netflix hier mehrere zusätzliche ebenen einführt um letztendlich hier hat ein attraktiveres angebot in sich zu zu gewährleisten es gibt hier sozusagen hochrechnungen oder prognosen dass nächstes jahr ich habe ja gerade eben gesagt dass netflix mit mit dem modell dass sie draufzahlen für jeden abonnenten jetzt nicht davon angewiesen darauf angewiesen sind stetiges wachstum zu erfahren und jetzt gibt es prognosen dass sie aufgrund der konkurrenz situation nächstes jahr sogar bis zu vier millionen abonnenten verlieren werden also auf jeden fall nicht wachsen stagnieren im wachstum oder vielleicht sogar abonnenten abgeben müssen eben doch wichtigsten markt momentan werde weniger sind und erst us markt das ist auch kein gutes zeichen und dann gibt es natürlich noch sachen wie dass sie jetzt zum beispiel sagen okay der grund dafür könnte sein dass alle anderen günstiger sind also ich habe zum beispiel auch amazon prime da zeichnet sieben oder acht dollar und dann zeichnet natürlich für manche filme noch mal on top aber ganz ehrlich amazon prime was es mir sozusagen als gratis filme bietet ich habe noch nie in film dort bezahlt weil früher später kriechen umsonst das heißt ich sei unterm strich ungefähr nur 75 70 prozent und für die große große masse dann das einzig vergessen die große große masse ja diese die die gut betuchte mittelschicht in den usa ja so die dieser markt ja die gut betuchte mittelschicht die gibt schon länger nicht mehr also die wird immer dünner ja das sind so die die du immer in europa halt gefunden hast ja die einfach so in 14 tagen einmal um die welt oder so ja diese typischen amerikanischen touristen die du halt hier sie ist die ganzen armen die siehst du ja hier nie ja und von denen gibt es immer mehr und für denen ist es sehr wichtig dass wenn sie ob sie jetzt fünf dollar oder zehn dollar bezahlen im monat erfüllen so ein dienst und alle anderen sind eben nur fünf oder sieben dollar und netflix 7 10 oder 15 dollar und und das ist natürlich noch mal eine sache wo sich jetzt netflix überlegen will okay jetzt machen wir noch ein anderes abo segment ja das auch nur fünf oder sieben dollar kostet das ist noch nicht ganz sicher alles aber das werden wir ja sehen und dann aber okay die zahlen doch jetzt schon zwei dollar pro abonnent drauf wie soll das funktionieren sagt netflix ja das machen wir ganz clever ja dann bei den niedrigerpreisigen abonnenten deals die wir dann anbieten da spielen wir dann alle sechs ja alle sechs alle sechs minuten das kann nicht sein alle sechs minuten werbung ein nee das kann nicht sein auf jeden fall dann spielen wir wieder mit werbung rein also unterm strich sind wieder genau da wo wir irgendwann mal angefangen haben im fernsehen dass wir wieder keine spielfilme in einem stück anschauen können ja und ich kann dir eins verraten ich weiß nicht wie leidensfähig da die 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 us-untere schicht ist oder die us-schauer und bürger aber wenn die jetzt die wahl haben zwischen sechs euro zahlen sechs dollar zahlen fünf film ohne werbung und sechs dollar zahlen fünf film mit werbung naja welchen steaming dienst werde ich mir dann antun den mit den mit den sechs dollar wo ich einen film anschauen kann ohne werbung ja es sei denn ich will ich brauche unbedingt die die werbepausen um noch mal eine flasche neue bier nachzufüllen oder irgendwie sowas ja also das könnte ich mir das einzige was ich mir da vorstellen könnte ja also okay das war es eigentlich soweit würde ich nicht mehr machen wie zehn minuten zum thema netflix also ich würde mal sagen finger weg also ich bin neutral ich war immer schon neutral eigentlich gegenüber dieser aktie und ich würde ich würde sogar sagen den könnte man vielleicht sogar shorten irgendwie aber ich bin nicht so der short experte haben wir in der vergangenheit auch schon mal irgendwie ja schon das eine oder andere mal verschätzt weil halt einfach ja langfristig die börse eher nach oben geht als nach unten und von daher mit shorts da holt euch mal ein paar schlaue bücher oder so von florian um keine ahnung würde ich es ist alles keine empfehlung und so weiter ich habe auch den disclaimer ganz am anfang extra hingemacht nicht persönlich ich bin äußerst neutral dieser aktie gegenüber und das damit soll es auch gewesen sein dieses video und dann wünsche ich mich wünsche ich weiterhin viel erfolg beim investieren und und alles andere und da gibt einen daumen hoch abonniert meinen kanal und beim nächsten video werden wir mal wieder eine technologie aktien mit rein nehmen weil da habe ich ja mitunter meisten ahnung und da wollen wir noch so einige technologie aktien da draußen die es lohnt sich ein bisschen näher anzuschauen bis zum nächsten mal und ciao